Holger Kelch ist im Beratungsgespräch. Der Cottbusser Oberbürgermeister will aber nichts kaufen. Er informiert sich über das soziale Engagement. Kelch hat sich bei einem Unternehmensbesuch im Sozialkaufhaus Helb umgeschaut. Ich bin erstaunt, was alles so Menschen auch noch benötigen können. Das zeigt, welche Armut wir auch hier in der Stadt haben und wo es keinen Unterschied zwischen Deutschen oder Flüchtlingen macht. Das zeigt aber auch, was alles benötigt wird, was die Leute auch hierher bringen. Und den Mut von Herrn Kern und seinen Mitarbeitern, sich diesen Aufgaben, diese Herausforderungen auch zu stellen. Und insofern bin ich froh, einmal, dass wir hier eine gute Möglichkeit der Wiederverwendung von wirklich noch brauchbaren Sachen hier haben. Das ist rundum hier zu sehen, ob es Möbel sind, aber auch elektrische Geräte. Seit ca. zwei Monaten hat das Sozialkaufhaus Helb in Sachsendorf geöffnet. Der Verein Helb 2007 e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Menschen, die an der Armutsgrenze leben, zu helfen. Hier im Kaufhaus gibt es hauptsächlich Möbel und Kleidung, aber auch Sachen zur Unterhaltung können gekauft werden. Alles wurde gespendet. Genau deswegen können die Sachen zu einem niedrigen Preis angeboten werden. Und das kommt gut an. Der Laden ist gut gefüllt und immer wieder kommen neue Kunden. Insgesamt sieben Mitarbeiter haben hier täglich zu tun. Es kommen jeden Tag Leute, die Beutel bringen. Ich habe hier noch was und ich habe da noch ausgeräumt. Und ach, ich brauche das auch nicht mehr oder ich muss mich verkleinern. Und hier eine kleinere Wohnung und das ist zu schade zum Wegschmeißen. Viele haben auch schon gesagt, ich habe vor einiger Zeit, musste ich so viel wegschmeißen. Hätte ich das gewusst, dass ihr hierherkommt, dann wäre es nicht so schade drum gewesen. Dass Leute hier gebrauchte Sachen abgeben können, ist aber nicht die einzige Dienstleistung von HELP. Unter anderem helfen die Mitarbeiter beim Möbelauf- und Abbau. Sie liefern Möbel und helfen auch beim Umzug. Die Idee dazu hatte Rainer Kern. Wer demnächst umzieht oder sowieso ein paar Sachen loswerden möchte, der kann ja bei HELP vorbeischauen. Die Mitarbeiter holen sie aber auch selbst ab. Das eingenommene Geld geht dann an soziale Projekte.